Die Hochschule Deggendorf bietet ein vielfältiges Programm an rankingprämierten Bachelor- und Masterstudiengängen. Studiere am Campus Deggendorf und vertiefe dein Wissen an den Technologiekampi, Theisnach, Freyung, Spiegelau, KAM und Maria Kirchen. Wähle deine persönliche Fachrichtung aus den Fakultäten Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik, Elektro- und Medientechnik, Maschinenbau und Mechatronik sowie Naturwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen. Du hast die Möglichkeit in einem der zahlreichen bezahlbaren Studentenwohnheime im verkehrsgünstig gelegenen Deggendorf zu leben. Vielfältig und actionreich gestaltet sich das Sport- und Freizeitangebot in der charmanten niederbayerischen Stadt mit ihrem landschaftlich ansprechenden Umland. Studieren mit internationalem Flair und aktivem Austausch zwischen den Kulturen. Mit ihrem umfassenden Angebot an weltweit erlesenen Partneruniversitäten öffnet dir die Hochschule Deggendorf nicht nur das Tor zum Bayerischen Wald, sondern die Türen zur großen, weiten Welt. Und wann sehen wir uns in Deggendorf?